Innenministerin Nancy Faeser steht in der Kritik für ihre Reaktionen auf diverse Sicherheitsprobleme in Deutschland. Sie begegnet Fragen zu Kriminalität, Gewalt und illegaler Migration mit der Ankündigung eines harten Durchgreifens. Faeser ist seit Dezember 2021 im Amt. Kritiker hinterfragen, inwieweit ihre Versprechen in die Tat umgesetzt werden. Verschiedene Sicherheitsprobleme wie Nazi-Parolen auf Sylt, zunehmende Gewalt und steigende Ausländer- und Jugendkriminalität rufen nach konkreten Maßnahmen der Politikerin. Faeser spricht sich für ein entschiedenes Vorgehen gegen Extremismus, kriminelle Clans und Gewalt aus und bekräftigt ihren Willen zur Anwendung rechtsstaatlicher Instrumente. Trotz der wiederholten Beteuerungen eines harten Durchgreifens sieht sich Faeser Vorwürfen ausgesetzt, lediglich Ankündigungen zu machen, ohne diese umzusetzen. Alexander Tromm von der Unionsfraktion und Manuel Ostermann von der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG kritisieren das Fehlen konkreter Aktionen und bezeichnen ihre Sicherheitspolitik als unzureichend, was die innere Sicherheit Deutschlands gefährde.